Fehlt? Fehlt? Wie mies ist das denn? Und... Du kannst ihn retten, Haze. Ach du Hund. Komm, der wär sowieso nicht nach der Eier gekommen. Ja... Ey... Wie lange dieses Level dauert! Ja, das mein ich doch gerade. Komm, geh vor. Wie? Du bist der Neukämpfer. Okay. Wann sei! Ich hab nur ne Peitsche. Nur? Ja. Ich hab nur meine Foxte. Deine Füße. Deine Füße, ja. Oh, das war... Geht doch. Hammer-Treffer. So. Ich sag Bosskampf. Oh mein Gott! Was ist der denn? Das ist, äh... Das ist... Sehr viel Sod! Pfff... Natürlich. Was machst du denn hier ausm Wurmlauch? In Final Fantasy ist er zu Sailor Moon gekommen. Und will uns töten. Was um? Boah, ich werd nicht sterben. Ich schlag dreißigmal auf ihn drauf. Einmal treffe ich. So macht man das. Ah, so macht man das. Ich versteh ja, Haze. Machin! Komm her! Kumpel. So. Ich hab das Gefühl, man muss ganz präzise auf so einer Linie stehen, damit man ihn trifft. Das kann schon sein. Oder man verwirrt ihn. Ja, dann schlägt er panisch um sich und trifft uns beide. Ja. Yeah, Baby, yeah. Nein, das ist keine gute Idee. Das trifft eh nicht. Nein! Ey, ist ein Engel, nein, weh. Ja, ja, ich weiß. Ich halt mich jetzt zurück. Du bist ein Hund. Oh nein! Nein! Ich komm da nicht mehr raus! Ich komm da nicht mehr raus! Ich komm da nicht mehr raus! So, tu doch was nicht! Lauf doch nicht zu mir! Ich komm aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus! Glaubst du nicht? Oh, Baby! Nein! Ich hab ihn gleich. Pass auf, ich lock ihn in der Falle. Nein! Nein! Yeah, Baby! Yeah, Baby! Okay. Aha! Gib mir das B! Gib mir das B! Was ist das denn beschissen? Scheiße, ey! Seid fünf! Boah! Fünf! Oh! Oh! Okay, wir sind ziemlich in der Scheiße gelandet. Auch! Ich kann nichts sagen, aber... War wohl ein Wurmloch in die Hölle! Du mit deinen Wurmlöchern! Ach komm schon! Wie willst du uns das alles erklären? Äh... Keine Ahnung! Vor allem wenn du es erklären willst, dann kriegst du da eh nicht schlecht gesot sein! Musst du ja auch unbedingt rein! Ja, der ist doch knapp da gekommen! Der hat sein Schwert gar nicht ausgepackt! Ja, das ist äh... Tarnung! Tarnung verarschen! Damit man ihn nicht gleich erkennt! Ich hab ihn sofort erkannt! Oh, ne billige Tarnung! Pfff! Ja, aber stell dir mal vor, du gehst über die Straße und fragst, hey, haben sie einen mit so nem riesen Schert gesehen? Ah, okay! Dann... Kann er dir nicht antworten! Pfff! Da denke ich auch sofort. Geschwärts, das müsste so viel tot sein. Na komm, geh kaputt. Guck mal, ich bin wie so'n... wie so'n... Wie so'n... wie so'ne Fliege. Ja, so'ne Fliege, aber ich möchte eigentlich so'n Planet, der um die Sonne kreist. Natürlich. Das... das passt doch jetzt auch wieder hier. Hat der Venus irgendwie einen Mond? Die Venus übrigens, nicht der Venus. Ja, die Venus... oh, Mr. Mr. Scheiße! Das find ich mir absichtlich. Ach, gelö... Das ist ja kurz hinten Kacka, würd ich sagen. Die Venus! Glutscheißer. Wer studiert denn hier? Ja, deswegen hab ich hier mehr Respekt hier. Aha! Alter! Das sag' ich Deck auch immer. Na, was machst du? Ah... Seh'n so geht das. Hier, lerne. Was? Das ist viel zu früh. Ne, überhaupt nicht. Äh, warte, mach' vor genau. So, komm' jetzt, hier. Kommo. Komm! Na, also, halb. Komm, du stehst, ne? Komm, du sprichst, ne? Ich geb' ihm den Todstoß. Du Hund. Du Hund. Vor allem weiter. Oh Gott. Also, von der Gegnervielfalt ist ja irgendwie so... Ziemlich arm. Ja. Also, ich mein... Ja, sehr arm. Kommen wir auf sechs ungefähr, oder sieben? Ja. Plus Bosse macht... 13? Ja, 13. Das kannst du haben. Vielleicht war das dumm. Kaum überlassenst du, krieg' ich voll auf die Fresse. Schlechtes Karma, würd' ich sagen. Ja. Da hilft es auch nicht, hier Kuchen zu verschenken. Ich hab' deinen Arsch gerissen, ja? Ich klicke... Ah, dieses Level. Natürlich. Das will ich sehen. Mach das mal. Ja. Ein Hardboot. Hardboot. Oh, bam. Nichts vielleicht mag fließen. Haha, Sailor. Kommen da noch mehr schlecht? Oh. Ich glaub' jetzt hab' ich mein Sepertoire völlig erschöpft. Oh, schade. Ne? Keine schlecht geplanten Metzen mehr? Ne, leider nicht mehr. Obwohl, der war nicht geplant, der kam echt spontan. Okay. War die erste mal geplant. Ja, der erste war sowas von geplant, ey. Oh. Oh. Oh, was ist das? Ach, wieder so'n Springer, ja. Was? Ich hab's nicht gesehen. Der hat mich einfach gekillt. Wie das denn? Okay, wir haben jeder. Fünf Continuous. Ach, dann ist er easy. Was? Wir sind schon bei jeder drei. Und? Wir sind schon bei jeder drei. Und bringen mich gerade um. Die nerven jetzt aber tierisch. Das ist überhaupt kein Vergleich zum zweiten Level da. Ja. Einfach jetzt auf der Entfernung stehen und hier alles kaputt knüppeln. So langweilig das auch sein mag. Ja. Und weep weep. So. Sehr gut. Komm ein Stück. Vor. Och. Was ist die alle stumpfassen wollen hier? Mach du mal. Du hältst das. Ich bin grad, äh. Xam-Faff, dass er fixiert mir noch Geschlechtes Sprich anfangen zu müssen. Ach, da kommt er jetzt! Das gibt's doch gar nicht, ey. Na soße! Meine! Yay! Ja, nochmal. Das sieht voll weggefilzt hier. Schöner. Ey, du schimpfst mich! Ja, mach ich doch! Der krieg ich nichts von. Oh, komm. Wieso? Du? Du? Wir müssen ein bisschen strategischer dran gehen. Ach. Ich kann jetzt erstmal den alten. So. Sind wir doch nie strategisch dran gehen oder so? Ja, aber vielleicht wär das mal ganz gut. Wie viel? Komm jetzt. Mein ja nur! Nein! Nein! Nein, so. Oh! Boah! Wie lief schon alles? Ja. Vertrau mir. Oh, ich hab ein Leben bekommen. So noch immer, ey. Für deinen Überskill. Natürlich. Das ist der Scharfschützen-Bodus, weißt du? Jetzt ernsthaft? Ach, Quatsch! Freue ich weiter. Uh. Das wär auch ne lustige Herausforderung für das Spiel. Wir enden das Spiel nur mit Lasern. Mhm. Wie lange willst du da ansonsten sitzen? Ich weiß nicht. Alleine noch müssen. Ja, natürlich. Auf Hard Mode. Boah. Wir machen das Spiel nur mit Lasern. Ja, dude! Wir machen das Spiel nur mit den Ausländer. Tschüss! Und ich habe das Spiel nur mit den Ausländer. Vielen Dank.